Ich glaube, ich sollte es öfters mal machen müssen mit dem Mann schauen. Denn erst Ciao. Ich werde von dir Schau genannt. Schleusen Schau. Das seht ihr. Pass auf. So, und vielleicht sollten wir auch mal sagen, hallo. Guten Tag. Das ist jetzt schon die dritte Folge. Das ist die dritte Folge. Das ist die dritte Folge. Von Star Wars The Old Green. Nein, das ist nicht Star Wars The Old Green Park. Das ist Lego Star Wars The Komplette Saga. Das ist die komplette Saga. Die komplette Saga. Nicht die halbe, nicht der Viertel, nicht der Drittel, nicht der Achtel, nicht 2 Achtel, nicht 3 Achtel, nicht 25,713 Achtel, eine Schicht, also 8 Achtel, die Komplette. Oh, der furzt alles, Alter. Und warum macht er sowas? Bisschen frech. Ja. Machen wir da sowas. Ja. Hallo, Felix. Ja. Gib mal da Yoga, hast du gesehen? Finde ich gut. So, ich bin eine Bitch. Ich bin eine Bitch. Ich bin eine Bitch. Du bist Manuel. Guck mal, das ist geil, wenn du springst. Also, manche Charaktere können ja auch Doppelsprung machen. Wenn du dann Doppelsprung machst. Ups. Und das, das beweist mal wieder, gib einer Frau keine Waffe in die Hand. Das beweist es. Sie töten. Und was passiert, wenn ich das hier mache? Ups. Genau, das passiert. Das Spiel, das Spiel ist zu aggressiv. Hier kommen Waffen drin vor. Ja. Das ist aggressiv. Ich hab einen Kumpel, dem hat seine Mutter damals immer Lego Star Wars gekauft, bis sie dann bemerkt hat, dass es um Krieg geht. Fragt mich nicht, wie sie das nicht schon direkt bemerken konnte, dass es in Star Wars um Krieg geht. Wars. Star Wars. Oh mein Gott. Jawoll. Die Suppe der Weisheit. Die Suppe der Weisheit. Mit einer Gabel. Genau. Ich weiß nicht, ob ich gerade die Suppe der Weisheit. Oh, Käfer. Guck mal. Oh mein Gott. Ich hab die Käfer richtig geil. Und das Käfer? Ja. Das ist Duggie-Bie. Löwenbienen. Oh mein Gott, guck mal. Nein, nein, nein. Komm, wir gehen da jetzt ganz nah mal hin da dran. Nein, 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 nein. Du gehst da weg. Wir müssen da weiter nach hinten. Hier kommt vor der Nähe. Weil das sind einfach nur Filme, die da rumgestellte sind. Ja, das ist voll scheiße eigentlich. Was? Hö. Sag ich voll scheiße. Nein, einfach nur so. Das ist so ein Standbild und es wird immer wieder. Das ist richtig scheiße, ne? Das ist richtig scheiße. Richtig hart scheiße. Das kann ich auch, Star Wars. Das kann ich auch. Oh mein Gott. Oh je, je, je. Weißt du, weißt du. Aber bist du aus Google geholt, einfach. So ne Biene. Ach ehrlich, wo geht's nicht lang? Wir haben richtig den Fragen. Vielleicht doch hoch. Könnte ja sein. Nein. Aber muss er nicht. Bomben. Oh mein Gott. Bin ich. Oh. Guck mal, wie ich. Ich war drehen. Gleich mal als Kontext. Was dann so dran zu tun, wie ich mich so sein muss. Man sollte mal als Kontext sagen, ich bin Player 2. Also ich bin die Bitch. Ne, ich bin. Ich bin Player 1. Ich bin Player 1. Mein Kontrolle sagt, ich bin Player 2. Nein. Das ist komisch. Ich bin Player 1. Ich bin Player. So, ich glaube, wir sollen das auf die Nippel stellen. Und dann darf ich nicht Dildo sagen. Aber du Nippel. Da hast du ein Typ. Ne, wie die Blazershärte aussehen. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ich bin Bitch. Ich soll ihr was schleppen. Was willst du, Alter? Mach du das. Ha, du Mischet. Ich bin ein Mann. Ich kann mir nur mit Macht machen. Nie, wir müssen weiter. Was du macht? Ne, was ich nicht. Belastend, wenn man so keine Macht hat, oder? Autsch. Gib mir keinen Bitch-Slapp, Alter. Oh, ich bin immer eine Bitch. Bitches geben Bitch-Slapps. Im, im Frum. Im Frum. Oh mein Gott. Warte, warte, lass mal. Lass mal den für mich. Warte. Okay, ich mach deine Zweesex, okay? Das ist scheiße. Oh. That was like Gamergy. Yes. Lass uns da mal runtergehen. Ich erinnere mich immer an die Videos, an die jeder will. Das ist immer sehr schön. Oh. Ja, ich finde das immer sehr gesund. Ja. Guck, ich bin unten. Bin ich gut. Können wir mal wieder hochgehen. Geh auch. Nein. Okay, dann lass uns ein. Oh mein Gott. Oh mein. Oh, oh, oh. Was müssen wir machen? Was ist das? Ah. Kann ich mal so hinruhen. Ich glaube, ich komme mal runter. Oder ich lasse es einmal sein. Ich komme mir genau mal rein. Oh, okay. Ich glaube, wir müssen sogar noch sein. Ich glaube, wir müssen sogar noch sein. Was der Pw nicht mal kein Pp. Pw ist die Pw ist schon, wo es fertig ist. Wo es auch nicht wissen, wo es auch nicht schmerzt. Äh, äh, ähm, bomb. Boah. Boah, was war denn das? Das war ja die krassesten Teleport-Skills, Alter. Boah, haben wir es gut gemacht. Nicht? Ach so, ja. Haha, ein Power-Up. Was kann ich mit dem Power-Up? Nein, ich brauche das Power-Up. Was kann ich mit dem Power-Up? Ich bin der Jedi, hallo. Nein, ich bin der Jedi. Der Jedi. Frech. Ich bin der Jedi. Aber ich kann mir mehr den Sack holen. Ja, den Sack. Wenn ich bin in Wirklichkeit ein Super Saiyan. Mit Laser, nee, mit Laser Augen und Kettensägen. Und du hast Leihend als Hand. Du hast Leihend als Hand. Glaube ich. Warte mal, hast du da drauf geschossen? Wann hat irgendjemand noch so viel? Ich wünsche Gott. Vielleicht müssen wir auch auf die anderen warten. Oder wir lassen es einmal. Wenn ich nicht, aber um die Wand. Ja, jetzt können sie weiter. Jetzt haben wir gedacht, das war das 2. Was? Ich werde nicht sagen, aber die Jedi's tun ihr mich gut beschützen als Prinzessin. Ja, finde ich auch. Wo wir waren? Ja. Ich glaube, wir müssen da unten weiter. Das ist ja... Was war das jetzt? War das zu doof für ein Lego-Spiel? Ist das real? Was? Das ist ein Mysterium. Ich bin gerade echt verwirrt. Mit einem Lego-Spiel. Ich habe schon gut. Okay, okay. Komm, wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen. Ein Stück weiter. Ja, ja, ja. Komm, komm, folgt dem Jungen hier. Ein Paterwan weiß mehr als eine... Ich bin eine Bitch. Was will ich so machen? Oh, der gehört mir. Diger, mehr, mehr. Diger, mehr, 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 mehr. Diger, mehr, mehr, mehr. So, ich hab die anderen Verontaktion. Hm, so folgt. Ja. Bündigabend ist die Let's Place Toll machen oder nicht. Oder mein Reihen soll ein Türen. Soll nicht toll sein. Schieß das Ding da oben jetzt ab und da, Dr. Dr. und da. 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 Und da. den anderen opsala ich bin klasse dem spiel habe ich schon mal gesagt habe ich nicht gemacht gibt alles klar hallo nicht alle kommen da sind vor da kann man reingehen nein das ist das tor von rancor rancor nein jetzt habe ich geteilt ich habe freuen dass du immer ich habe hier hat eben dem tipp einem runter gehauen das bösartig ist ein böser hase besser finger genau schlimmer finger ein schlimmer finger ist schlimmer finger richtig es kann schöner finger ist ein schlimmer finger bin ich gut weil ich fand es gut okay dann lass es halt einfach sein was hat das jetzt ach so ja gar nichts ja das ist auch gut ich finde es witzig mit dem ich finde es nicht witzig ich finde es eigentlich voll scheiße war jede wenn hat man nämlich die anzeige ok ich zeig dir meine welt meine welt die mir gefällt gibt es keine liebe meine kriege sind sagen zu ihr was zählt das sagte hitler so ich zeig dir meinen reich ja gut immer politisch kommt dass wir bei der stream war und auf dem kanal von kampfschaft tv und das ist alles natürlich von serien muss wissen also das einzige was du bei lego spiel machen muss das nichts drücken ja erst ab mit x ob es gibt euch nicht schon abgehoben wird du musst geld nehmen mit geld können und charaktere kaufen aha es wird im späteren spiel noch wichtig wie viel spaß ich immer hatte mit grievous ja ja grievous spielen ganz große spaß ich hab immer meinen eigenen genommen der war immer am besten ja im eigenen habe ich eigentlich nie viel gemacht oder darf nur darf nur nein am besten war natürlich bauer fährt die der so fliegen konnte mit dem konflikt schleichtigen scheiß jemand finde ich gut die schweißen kann man machen und sie tun in dieser Halle findet doch auch der kampf mit doch so das warst du ja schon der folge das ist es ja magisch die sind einfach zu gut schon recht mal so wie sie sind einfach viel zu gut sind zu reichen was so kleine so kleine kinder die schauen bis schon aus jahren zu groß ich habe ich glaube wir würden dass das daraus immer von höchstens sage ich etwa zwei drei Stunden kann ich bin schwarz nicht auf schlafen das war ist das dritte level aber und wir sind bei 30 minuten aber so geht aber egal bei 30 minuten alles karl rechts kannst du gucken wir sind uns gleich in der vierten folge hoffentlich wieder sowieso und dann schüss haha gedreckt